Hallo Freunde und herzlich Willkommen im Rich Headroom. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Es ist Zeit für ein kleines Special aus dem Bereich des Leistungssports, denn ich bin jetzt hier im Camp in Zagreb in Kroatien, in der Hauptstadt von Kroatien, mit Alexander Rakic und dem Trainerteam. Wir bereiten uns vor auf den Kampf gegen Jan Blachowicz, Contender Number One und Ex-Champion der UFC. Also für die Leute, die das nicht kennen, das ist MMA, also Mixed Martial Arts, das heißt die gemischten Kampfsportarten, die in einem Käfig stattfinden. Und Alexander Rakic ist ja hier die Nummer 3 der Weltrangliste und es wird jetzt Zeit für die Spitze. Der Kampf, der findet jetzt schon dann bald in Las Vegas statt, am 15. Mai Österreich- oder Europa-Zeit, 14. Mai, in US-Zeit. Und dieser Kampf ist ein Main Event. Ein Main Event bedeutet nichts anderes als, der Unterschied zu einem Normal-Event ist, natürlich man ist Hauptkampf, aber zweitens, man muss auch mehr kämpfen, länger kämpfen. Das heißt, normalerweise im MMA ist es so, dass man 3x5 Minuten kämpft, in diesem Fall ist es so, dass es 5x5 Minuten sind. 5x5 Minuten im MMA, das ist so, wie wenn du im Fußball noch eine Halbzeit dranhängst, also 3x45 Minuten kämpfst, das ist eine halbe Ewigkeit. Es ist doch am Ende 1 gegen 1 und, also 1 gegen 1 und die Pace, die Intensität in dem Sport ist einfach sehr, sehr hoch. Also wenn man sich solche Kämpfe anschaut, dann weiß man relativ rasch, was ich damit meine. Es ist ein sehr intensiver Sport, ein sogenannter Vollkontaktsport natürlich. Das heißt, da geht es ums Ganze. Ringen ist involviert, Bodenkampf natürlich, alle Varianten des Strikings, also Boxen, Kickboxen, Thai-Boxen, was auch immer man erlernt hat. Und dieses Auf und Nieder vom Boden rauf in den Clinch, sich gegenseitig gegen den Käfig drücken, Runden halten, versuchen einen Würgegriff anzusetzen und dann wieder aufs Boxen zu wechseln, aufstehen und aufs Boxen zu wechseln. Das ist sehr intensiv. Das ist überhaupt nicht monoton. Und die Problematik ist hier natürlich, wenn ich jetzt einfach die Kampfzeit von 3x5, also von 15 Minuten auf 5x5, auf 25 Minuten anhebe, die Minute Pause bleibt mir ja. Das heißt, da ändert sich nichts, aber die körperliche Belastung steigt immens. Das heißt, wenn man so einen Sportler wie den Alexander Rakic vorbereitet auf so einen Wettkampf, da muss man natürlich auch auf die Komponente der Kondition Rücksicht nehmen, der Kraftausdauer, der Regenerationsfähigkeit, der Erholungsfähigkeit in dieser einen Minute und wie sein gesamter Organismus und Körper mit dieser Situation umgeht. Und da stellt man sich dann halt einfach mit der Zeit Fragen, die weit entfernt sind vom klassischen Fitnesstraining als Performance-Coach, wie ich es jetzt bin. Jetzt arbeite ich mit dem Alex schon über zehn Jahre am Stück. Das ist wirklich eine sehr lange Zeit. Ich habe keinen Sportler, keine Sportlerin, mit der ich länger gearbeitet habe als mit ihm. Das heißt, ich kenne ihn schon in- und auswendig. Weiß auch, wo er oder wie er auf was reagiert. Wir haben sehr viel intensive, gemeinsame Trainingsbestritten, Trainingssysteme. Das ist das klassische Krafttraining an der Langhandel, olympisches Gewichtheben, Abnoe-Tauchen. Da kommen wir schon ein bisschen näher in die Richtung, wo ich heute hin möchte. Es geht ganz stark um Luft auch und um Sauerstoff. Wir haben sehr viel jongliert beispielsweise. Wir haben verschiedene Konditionsprogramme ausprobiert und am Ende des Tages ist es natürlich ein bisschen Try and Error. Du musst herausfinden, was du kannst, wo du gut bist, wo du ausbaufähig bist. Wir haben verschiedene Labortestings gemacht. Das heißt auch V2 Max-Testungen, Laktatmessungen und Blutanalysen, Diverseste und so weiter und so weiter. Ja, und irgendwann einmal kommt man drauf, dass das alles nicht mehr reicht. Um an die Topspitze zu kommen, musst du einfach noch tiefer in die Schatzkiste reinwüllen. Und das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht, Leute. Und da möchte ich euch ein bisschen einen Einblick gewähren, denn heute geht es um das Thema Höhenschlaf. Nicht zu verwechseln mit Höhentraining. Das haben viele schon mal von euch gehört. Das heißt, Höhentraining ist am Berg beispielsweise, wenn man jetzt sagt, so in der Natur draußen am Berg auf einer Höhe höher, als ich normalerweise lebe und normalerweise trainiere für einen gewissen Zeitraum. Dann gibt es natürlich das Höhentraining auch in einer Kammer, quasi auf der Höhe, wo ich normalerweise lebe. Und dann gibt es aber auch durch das Ganze im Schlafzimmer, kann man sagen. Das heißt, ich kann auch auf Höhe schlafen. Und das ist das Thema, über das ich heute mit euch quatschen möchte. Höhenschlaf, um die Performance zu verbessern, um die Regeneration zu verbessern, um auch den Schlaf zu verbessern und viele, viele andere Parameter zu verbessern. Mit dem End-Output natürlich. Allgemeine Performance ist klar. Leistungsfähigkeit, in diesem Fall für den Alexander Rakic im Käfig. Bevor wir aber hier rein starten, möchte ich noch der Firma BioKing danken. BioKing ist die Firma, die es möglich macht, dass dieser Podcast auch online geht, ist ein Unterstützer von Rich Headroom, ein Supporter von Rich Headroom. Und ihr wisst ja, dieser Podcast ist kostenlos. Ich versuche aber wissenschaftlich und praktisch wirklich handfeste Informationen zu liefern, dass ihr euer Training besser machen könnt. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt alle eine Höhenschlafkammer kaufen werden. Das kann sein, dass es noch ein bisschen dauert mit der Brieftasche. Aber es gibt so viele Informationen rund um Ernährung, Nahrungsergänzung und so weiter, die ich euch liefere. Und da ist BioKing halt einfach einer meiner Favorites, meiner Favorite Brands. Denn bei BioKing kaufe ich selber oder bestelle ich selber meine Porridge-Zutaten, meine Müsli, auch meine Kohlenhydrate wie Reis und Nudeln und so weiter. Ein gutes Olivenöl, Honig, Nahrungsergänzungsmittel von Berglöwe, gibt es auch, Hanfprotein und Darmbakterien und so weiter und so weiter. Also wirklich top, 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 top Produkte. Aus Österreich natürliche Basis immer, das heißt wenig industriell verändert und BioKing ist Bio, wie der Name schon sagt. Wenn euch das interessiert, schau mal auf www.bioking.at und checkt auch dort mit dem Rabattcode Richard15, die 15% auf das gesamte Sortiment. Und wenn du meinen letzten Podcast über Vitamin D gehört hast, dort findest du den Vitamin D Test, genauso auch wie ein hochwertiges Vitamin D mit K2 gemischt und genauso auch hier gelten die 15%. Also das solltest du nicht entgehen lassen, ist einfach top Qualität, kann man nichts anderes sagen. Danke, BioKing. Den Link findest du eh nicht in den Show Notes wie immer. Also dann, bleibt mir nichts anderes über, als dir viel Spaß zu wünschen bei dieser Episode. Leute, Höhenschlaf für mehr Performance und Regeneration. Klingt so einfach, ist es auch. Wenn man das Equipment zur Verfügung hat, ist eh klar, dann ist nämlich die Rede von legalem Doping. Das sagt die Sportwissenschaft, das sagt die Schlafwissenschaft, das sagen Performance-Coaches weltweit, das sagen Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben. Legales Doping heißt für mich nichts anderes als, dass ich auf ein übernatürliches Level kommen kann. Das heißt, durch Training und Ernährung und guten Schlaf komme ich auf ein gewisses Level. Um mein persönliches Optimum zu erreichen, muss ich einfach viel mehr tun. Und das ist halt einfach das Schwierige an der ganzen Sache. Ich muss noch tiefer in die Trickkiste greifen und Sachen auspacken, die vielleicht nicht ganz normal sind, um mich übernatürlich zu machen. Okay. Und Doping ist eh klar, ist bei uns kein Thema. Wir werden laufend getestet. Alex ist 25 Mal negativ getestet, über 30, 35 Mal insgesamt getestet worden. Und wenn ich hier vom legalen Doping spreche, dann spreche ich von einem Eingriff in das System des Körpers, um eine gewisse Verbesserung stattfinden lassen zu können, die ich vielleicht durch das Trainingsprogramm alleine nicht mehr schaffen würde. Und da sind wir definitiv beim Höhenschlaf. In den 1990ern hat ein Mann namens Igor Gamow, ein Wissenschaftler, ich glaube Chemiker der University of Colorado in Boulder in den Vereinigten Staaten, mit dieser Thematik experimentiert und die sogenannten Höhenzelte herausgebracht. Und viele von euch, die in der Vergangenheit zum Beispiel Basketball, also NBA, auf Top-Level verfolgt haben, einzelne Individuen dort auf Top-Level verfolgt haben, sehen, dass diese Leute mit dem notwendigen Kleingeld sich für zu Hause ein Höhenzelt angeschafft haben. Das heißt, die haben dann auch auf Höhe geschlafen zu Hause. Ein Höhenzelt ist nichts anderes als ein Kunststofftunnel, kann man auch sagen, wie ein Ein-Mann-Zelt, Ein-Frau-Zelt, das du verwenden würdest, wenn du campen gehst, aber eher wie ein Tunnel, weniger wie ein Dreieck. Und da wird ein Kompressor angeschlossen, der diese Technologie des Höhenschlafes halt einfach liefert. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Dieser Igor Gamow war der Sohn oder ist der Sohn von niemand Geringeren als dem Physiker Georg Gamow oder George Gamow, der die Theorie des Urknalls entwickelt hat. Also dürfte eine ganz schlaue Familie sein, kann man sagen, die sich ein wenig mit Chemie und Physik auskennen. Und Igor hat hier einfach die Grundlage gelegt für die Thematik des Höhenschlafes. Das Konzept, von dem wir hier sprechen, da sagt man sportwissenschaftlich dazu, train slow and sleep high. Das heißt nichts anderes als mit dem Höhenschlaf, wenn ich keine Höhentrainingskammer zur Verfügung habe, wie es viele Ausdauersportler ja schon verwenden. Mit dem Höhenschlaf schlafe ich auf Höhe auf 1.800, 2.000, 2.200, 2.500 Meter Höhe bis 3.000 meistens. Das heißt auf einer Höhe, die deutlich über dem liegt, wo ich lebe, wo ich normalerweise trainiere ohne Höhenkammer. 3.000 Meter Leute, das ist in Österreich absolute Gipfelspitze. Das ist super Gipfelspitze. Und wenn man jetzt vergleicht zum Beispiel Wien auf 600, 650 Meter Seehöhe, das heißt über Seehöhe, das ist ein Riesenunterschied. Wir reden hier von dem zweieinhalbfachen, was rede ich? Moment einmal, von dem Fünffachen. Also wirklich ein gravierender Unterschied in der Höhe. Ja, und jetzt biochemisch, was passiert da? Es geht hier natürlich um die Stimulation, um gewisse Hormonparameter und Hormone. Stimuliert wird hier genau das Hormon Eretropoethin. Das einmal fünfmal aufsagen, also jetzt auf die Schnelle. Eretropoethin, 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 Eretropoethin. Also ein kleiner Zungenbrecher, habe ich selber vom Spiegel vorher üben müssen. Aber was hier stimuliert wird mit diesem Hormon, ist nichts anderes als die Produktion von roten Blutkörperchen. Und für alle, die Ausdauer interessiert sind, bei denen läutet es gleich und die wissen dann und sagen dann, okay, Moment, hier geht es um Ausdauer. Und das ist richtig. Es geht natürlich nicht nur um Ausdauer. Es geht beim Höhentraining auch natürlich vornehmlich um Ausdauer. Aber auch dort geht es nicht nur um die Verbesserung der Kondition und der Ausdauerfähigkeit, sondern es könnte auch um andere Thematiken gehen. Die Wissenschaft, beziehungsweise die medizinische Wissenschaft sagt auch, Höhenschlaf und Höhentraining können bei vielen anderen Parametern helfen, wie zum Beispiel Fettstoffwechselverbesserung, aber auch bei Erkrankungen wie Zuckerkrankheit, Übergewicht und Bluthochdruck. Das finde ich echt spannend. Das Weitere sagt die Wissenschaft jetzt rund um das Gehirn, rund um mentale Thematiken, das Höhenluft glücklich macht, das heißt Dopamin auch mit ausschüttet. Das muss man jetzt natürlich ein bisschen hinterfragen auch, inwieweit ich, da gehen wir jetzt in einen Bereich natürlich, der super spezifisch ist. Wir wissen ja von anderen Podcasts von mir, dass wir jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit wie verrückt Dopamin ausschütten wollen. Wir wollen ja eher eine gewisse Stabilität in diesem System haben. Ich will ja auch nicht die ganze Zeit Blutzuckerspiegelausschüttungen haben, also Blutzuckerausschüttungen haben. Will ich auch nicht, sondern ich will auch hier eine gewisse Stabilität. Aber bei Depressionen und sonstigen mentalen Störungen kann das tatsächlich hilfreich sein. Aber das ist natürlich eine medizinische Sache, da muss ich mit meinem Arzt drüber sprechen. Meist ist es so, dass so Höheninstitute auch Ärzte beschäftigen oder von Ärzten betrieben werden. Also ganz wichtig, in der Depression oder Depressionsforschung gibt es hier aber wirklich, wirklich, wirklich gute Indizien, dass das hier hilfreich ist. Genauso wie auch bei Schlafstörungen. Was ist jetzt aber hier so der Sinn dahinter? Wenn ich es schaffe, mit dem Höhenschlaf meinen Körper dazu anzuregen, mehr rote Blutkörperchen zu produzieren, dann habe ich mehr Ausdauer, sagen wir mal jetzt so salopp. Das heißt, die Absorbration von Sauerstoff in meinem Blutkreislauf wird besser. Das heißt, ich komme raus aus dieser Höhe, egal jetzt ob Kammer oder Schlafzelt oder Schlafkammer wie in diesem Fall jetzt. Und kann mit diesem weniger Angebot an Sauerstoff auf Normalhöhe, wo ich lebe, wo ich trainiere, wo ich meinen Wettkampf habe, besser umgehen. Das merkt man ganz stark auch natürlich bei Bevölkerungsgruppen, die die meiste Zeit in der Höhe verbringen. Das heißt, nicht nur dort schlafen, nicht nur dort, sagen wir mal, trainieren, sondern dort auch überhaupt leben. Peru beispielsweise, so Bergvölker oder in Nepal. Nepal ist einer der Hotspots dafür. Und das sieht man dann ganz einfach. Nepalesen, die mit Gepäck, also die sogenannten Sherpas, die unterwegs sind mit Touristen aus dem Westen, Bergtouristen, die den Mount Everest zum Beispiel besteigen wollen, diese Jungs, die können einfach rauf laufen mit schweren Gepäck. Da tun wir Europäer uns natürlich sehr schwer, weil wir da nicht angepasst sind. Deswegen werden Höhenzelte für den Schlaf, aber auch Höhenkammern sehr gerne für die Vorbereitung auf Bergtouren, auf Bergbesteigungen verwendet. Insbesondere, wenn es in die Todeszone und darüber geht. Also darüber gibt es keine Zone mehr, aber alles, was über 8000 ist, ist Todeszone. Dort wird dann auch noch oft, nicht immer, nicht von jedem, Sauerstoff eingesetzt, um die Leute bis zum Berggipfel zu bringen. Weil ihr müsst euch vorstellen, jeder Schritt ein Atemzug. Also es dauert wirklich lange, bis man da am Gipfel oben ist. Man geht da im Schneckentempo rauf bei den Bergsportlern, weil so wenig Sauerstoff, die Luft so dünn ist da oben, so wenig Sauerstoff in den Organismus reinkommt, mit dem man dealen kann, mit dem man arbeiten kann. Wenn ich das vorher schon trainiert habe mit einem Höhenzelt, na dann kann das natürlich dort entscheidend sein. Aber die meisten haben auch Sauerstoffflaschen mit. Und jetzt ist es so, dass manche verwenden die Sauerstoffflaschen schon relativ früh. Manche erst ab der Todeszone, also ab 8000 und manche gar nicht. Reinhold Messner hat alle 8000er bestiegen in, glaube ich, 16 Jahren. Lange Zeit, aber er hat auch keinen Stress gehabt und das Ganze ohne Sauerstoff. Ein Nepalese hat dasselbe gemacht in unter einem Jahr. Ich glaube, es waren wahrscheinlich neun Monate, was krass ist. Alle 8000er in neun Monate. Aber mit Sauerstoff, aber erst ab der Todeszone, ab 8000. Also das, Leute, das ist krass. Ja, das heißt, ich verwende diese Sauerstoffreduktion, um meinen Körper zu einer biochemischen Anpassung zu zwingen und um den Effekt einer verbesserten, effizienteren Sauerstoffverwertung im Training oder Wettkampf als Ergebnis zu haben. Und das ist krass. Das nenne ich in die Trickliste greifen, weit runter und etwas rausholen, was überhaupt nicht Standard ist im Sport. Also es existiert seit vielen Jahren, aber es ist sehr selten in der Anwendung, weil sehr teuer. Das Equipment ist teuer oder die Stundensätze für so ein Coaching, für so ein Training sind teuer. Also das ist keine einfache Sache, würde ich sagen. Und wer sich das leistet oder leisten kann, Hut ab, großartig, ist definitiv ein kleiner Gamechanger. Vielleicht ein großer, aber es ist auf jeden Fall immer ein kleiner Gamechanger. Gut, wie überwacht man denn jemanden, der in so einer Kammer drinnen liegt. Oder vielleicht besser noch die Frage, warum gibt es eigentlich eine Kammer und ein Zelt? Jetzt haben wir vorher gesagt, es gibt die Leute, die auf dem Berg trainieren und schlafen. Jetzt haben wir aber nur die Problematik, wenn ich mein Team zum Beispiel auf dem Berg rauf schaffe und sage, wir machen jetzt Höhentraining, wir machen jetzt ein Bergcamp oder dergleichen 14 Tage, dann gehen wir wieder runter, dann sind wir noch in Wien und dann fliegen wir zum Wettkampf. Leute, es könnte sein, dass ich das Timing verpatze, es könnte sein, dass diese zwei Wochen, also es könnte nicht sein, sondern diese zwei Wochen werden wahrscheinlich nicht ausreichen. Das Ganze muss man ein bisschen intensiver machen. Die Höhe muss passen und die Zeit muss passen und das Timing zum Wettkampf ist das Wichtigste. Die Geschichte ist die, dass es wahrscheinlich schlauer ist, das zu Hause zu installieren, dort, wo mein Trainingsumfeld ist, wo ich mein Equipment habe, wo ich meine Trainer habe, meine Trainingspartner und so weiter, wo ich das längerfristig machen kann. Ich sage mal vier bis sechs Wochen, das sollte schon sein. Warum ein, was ist der Unterschied zwischen einem Schlafzelt und was ist zu einer Schlafkammer? Schlafzelt, wie gesagt, ist dieser Folientunnel, schimpfe ich jetzt einmal, in dem ich ein Mann, ein Frauematratze reinschiebe und dort alleine drinnen schlafe. Die sind nicht so groß, dass man zu zweit drinnen schlafen kann, außer man hat sich sehr lieb und mag es warm oder eher tropisch. Denn man kann sich vorstellen, natürlich unklimatisiert, dass in einem Höhenzelt eine gewisse Temperatur herrscht und eine gewisse Luftfeuchtigkeit herrscht und das könnte schon unangenehm werden. Plus dem, dass wenn ich in der Nacht auf die Toilette muss oder sowas, aufzippen, zuzippen, also aufzippen, rausgehen, zuzippen, Toilette und das Ganze wieder retour. Darf nicht offen lassen, sonst habe ich wieder, die Problematik dauert ein Zeitl, bis wieder dieses verminderte Sauerstoffgehalt hergestellt wurde von dem Kompressor, der außen steht. Plus dem, wenn ich Kinder habe, dann geht schon mal der Spaß los, weil das ist dann wahrscheinlich interessanter für die Kinder als für mich selber. Plus dem, dass ich mich von der, wenn ich eine Frau habe, von der Frau gesondert aufhalten muss. Und ich sage jetzt mal, vier bis sechs Wochen alleine schlafen, die Frau daneben im Doppelbett alleine. Das klingt nicht nach Spaß und das klingt nicht nach Harmonie. Das heißt, wenn ich zwei, drei Wettkämpfe im Jahr habe und das zwei, drei Mal im Jahr verwende, dann habe ich schon irgendwie sozial ein Problem. Das heißt, idealerweise schaffe ich mir eine Höhenkammer an und das ist natürlich ein bisschen ein höherer Invest, aber das macht man ja auch nur einmal und schaffe ein Raumvolumen, wo ich ein Doppelbett reinstellen kann. Je größer das ist das Raumvolumen, umso mehr Energie braucht der Kompressor, umso stärker muss der Kompressor sein, der dieses Höhentraining, diesen Höhenschlaf bewirkt. Das ist eh klar, das ist verständlich. Das heißt, auch ein laufender höherer Invest in Strom beispielsweise. Aber dafür kann ich da drinnen mit meiner Lebensgefährtin oder mit meinem Lebensgefährten schlafen. Im Doppelbett, beide auf Höhe und wenn der Lebenspartner, Lebenspartnerin sagt, hey Moment, aber warum muss ich das jetzt? Wir haben es vorher gehört, Fettstoffwechsel, Zuckerkrankheit und so weiter ist für uns alle, Dopamina-Schüttung für uns alle positiv, nicht nur für den Sportler, für die Sportlerin. Also beide drinnen schlafen viel besser, plus so eine Höhenkammer für den Schlaf jetzt. Wir reden nicht vom Training, hat eine Tür. Das heißt, das geht ratzfatz, Tür auf, raus, Tür zu, wenn die Kinder kommen, wie auch immer. Also das ist deutlich, deutlich einfacher. Next Step wäre natürlich für die Leute, die es wirklich wissen wollen und sagen, ich verwende das jetzt die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus, weil die Gesundheit unterstützt sie auch, dann kann ich ein Höhenzimmer draus machen. Dieses Zimmer, wo ich gerade sitze, in meinem Drei-Sterne-Hotel, ist 15, 20 Quadratmeter groß, also relativ groß. Ist auch ein Drei-Mann-Zimmer. Auch wenn ich jetzt alleine hier bin, steht drinnen ein Doppelbett und ein Einzelbett. Das heißt, das ist riesig. Das hier unter Höhe setzen für Schlaf, definitiv zu kostspielig würde ich nicht machen. Ein kleines Schlafzimmer, wie ich es zu Hause habe, wo nur ein Doppelbett drinnen steht und links und rechts gerade einmal ein Meter zu den Wänden oder zum Kasten ist und nach vorne nur ein Meter oder zwei bis zur Wand, wäre schon eine andere Idee. Könnt ihr auch schon mal darüber nachdenken, diesen ganzen Raum auf Höhe zu stellen, auf Höhe zu bringen. Wenn das jetzt, wenn der Raum Altboy ist mit 5 Meter, 4 Meter, 3 Meter, 50, was auch immer, dann würde ich wieder darüber nachdenken, das kann man aber alles berechnen. Aber wir wollen jetzt nicht zu tief gehen. Ich möchte euch aber schon sagen, was die Praxis betrifft, was der Alex jetzt gemacht hat, der hat ja zu Hause und auch hier im Hotel eine Höhenkammer. Das heißt, das ist eine Plexiglas-Wände, die man abbauen kann, zusammenstecken kann. So ein Modulsystem, das haben wir hierher geschafft aus Österreich. Die Firma Ergo Hi2 hat das entworfen, entwickelt, gebaut, hat es hergeschafft, hat es zusammengebaut, Kompressor angeschlossen und das Ding läuft. Das heißt, Alex war auch das ganze Camp auf Höhe im Schlaf. Wie geil ist das denn, Leute? Das heißt, wenn wir jetzt nächste Woche nach Hause fahren und dann nach Vegas fliegen, dann ist er so 10, 12 Tage vor dem Kampf, 12 Tage, 13 Tage und genießt dann halt vom Timing her diesen Effekt vollkommen. Seine Konditionsfähigkeit ist natürlich dann immens verbessert im Vergleich zu vorher. Genau. Ja, wenn er dann nach Wien kommt nach dem Kampf, würde er diese Kammer wieder mitnehmen. Jetzt hat er aber eine kleine Version und wir werden dann eine größere Kammer bei ihm zu Hause installieren, dass er diesen Effekt dann auch dauerhaft hat, aber ein wenig humaner für die ganze Familie in diesem Fall. Also eine spannende Geschichte. Wenn euch interessiert, wie diese Kammer ausschaut, das hier ist jetzt ein Podcast, ja, der ist auch auf YouTube, aber es vornehmlich natürlich auf den Podcast-Plattformen zu finden, dann seht ihr das natürlich nicht. Deswegen blende ich jetzt auch nichts ein oder bringe kein Video rein oder gehe rüber. Aber bitte geht es mal auf meinen YouTube-Kanal, auf das Video Camp Insights No. 4 und da seht ihr ganz am Anfang kurz diese Kammer, okay? Da habe ich sie kurz im Bild, ja, und ich habe sie aber auch noch in einem anderen Video beschrieben. Aber geht es mal auf dieses Camp Insights No. 4, da kriegt ihr mal einen Vorgeschmack für das Ganze. So da, wie wird der Alex überwacht, dass da kein Blödsinn passiert, ja, wenn man ihn da auf einmal auf Höhe schickt, auf 1800, 2500 Meter, was auch immer. Er hat einen sogenannten Puls-Oximeter. Den steckt er sich immer wieder auf die Finger, auf den Zeigefinger oder auch in einen anderen Finger. Das kennen viele von euch vielleicht von ärztlichen Kontrollen. Da wird dann die Sauerstoffsättigung im Blut angezeigt, ja. Es ist dann einfach so ein Clips, der geht auf den Finger, da oben ist ein Display drauf und dann sagt mir das Ding, wie hoch meine Sauerstoffsättigung ist. Medizinisch gesehen wäre ich gern über 90. Vom Höhenzelt her, vom Höhenschlaf her wäre ich gern um die 90 oder drunter. Ja, viel weiter drunter will man nicht sein, ist eher eine ungesunde Geschichte, hat man aber oft im Bergsport, wo der Sauerstoff natürlich niedrig ist. Müssen auch aufpassen, Abnoe-Taucher beispielsweise, das heißt die Taucher ohne Sauerstoff, dass sie, wenn ihre Tauchgänge lang sind, also wir reden da von mehreren Minuten, auch hier kein Problem entsteht in der Sauerstoffsättigung, dass der Sauerstoffgehalt im Körper zu weit runter fällt. Und hier wollen wir ihn eben bei Bereich 90 haben, weil sie einen Trainingseffekt darstellen soll. Das heißt die Sauerstoffsättigung wieder gemessen und weiter ist auch der Ruhepuls. Der Ruhepuls, den überwachen wir die ganze Nacht. Der Alex verwendet den sogenannten U-Aura-Ring. Das ist dieser Ring, den er verwendet, um seinen Schlaf zu überwachen, der ihm auch seinen Ruhepuls sagt. Und der ist so im Durchschnitt, wie gibt es euch das, bei 38. Leute, das ist krass. Messt mal euren Ruhepuls in der Früh, bevor ihr aufsteht. Uhr daneben hinlegen, kein Handy im Schlafzimmer, ihr wisst. Uhr daneben hinlegen und dann einfach den Puls selber messen, am Hals oder am Handgelenk und zählt einmal einfach 60 Sekunden lang euren Herzschlag und schaut, wo ihr hinkommt. Die Leute sind im Alltag so auf 60 bis 85. Also wirklich gravierende Unterschiede. Und ich sage jetzt einmal so rund 70, 80. Ja, definiert das als normal. Ich finde, das ist zu hoch. Das ist einfach nicht gesund. Ich möchte sein bei unter 60 im Alltag. Da sieht man dann auch einen gewissen Trainingsstatus. Und im Ruhebereich, das heißt in der Nacht, das wirbt kein Problem, wenn das bei gut trainierten Menschen, bei gesunden Menschen tiefer fällt, unter 50. Dass er halt solche Themen natürlich immer mit dem Sportmediziner oder mit dem Arzt eures Vertrauens, dem Kardiologen abklären und das mit ihm besprechen, was er dazu sagt, was seine Empfehlung ist, wo er gerade steht und ob er das als Risiko sieht bei eurer Trainingslast und dergleichen. Aber Alex ist bei 38 im Durchschnitt in der Nacht. Das ist ein Indiz der Wirkung des Höhenzeltes oder der Höhenkammer, wobei er das auch ohne Höhenkammer hat. Das ist ein Indiz des Trainingszustandes, der Ausdauerfähigkeit. Und das finde ich ziemlich cool. Jetzt möchte ich euch aber noch sagen, was mir der Alex zusammengeschrieben hat, ein Feedback. Ich habe ihn gebeten für diesen Podcast, dass er mir sagt, wie er das erlebt, was so sein Feedback ist dazu, wie er sich fühlt. Sein Feedback war, ich fühle mich morgens erholter, allgemein definitiv besser regeneriert. Das heißt, er wacht in der Früh auf und es geht ihm besser. Also hallo. Wer weiß, wie wichtig Schlaf ist, wer schon einmal bei mir bei einem Schlafvortrag dabei gewesen ist, der weiß oder die weiß, dass Schlaf der wichtigste Regenerationshebel ist, neben der richtigen Trainingssteuerung in zum Beispiel einem Camp oder einer Trainingsperiode. Rest Day, D-Load, Urlaub machen und so weiter und so weiter. Schlaf und Nachmittagsschlaf sind einfach das Allerwichtigste. Wenn ich mich da mehr erhole, länger schlafen kann, tiefer schlafen kann, aufstehe und mich besser fühle und dann um 10 Uhr zum Training gehe, so wird der Alex jeden Tag hier. Ja, das ist wichtig. Dann mache ich es richtig. Das heißt, besser erholt, definitiv besser regeneriert. Das ist eine subjektive Information, gestützt aus meiner Sicht auch durch die Parameter, die wir messen, also zum Beispiel den Ruhepuls. Da könnte man noch eine HRV dranhängen, also Herzratenvariabilität, auch fünfmal sagen hintereinander bitte. Und dann sieht man dann auch schon die Veränderungen, aber ich brauche nichts anderes zu machen, als wir heute, Donnerstag, 28.04. 5x5 Sparring machen gegen zwei Top-Kaliber aus dem Sport, Ivan Erslann und Yannick Bahati und sehen, wie gut er hier performt, wenn er gut geschlafen hat und wenn er einen Tag Pause gehabt hat. Gestern einen Tag Pause, heute Nacht laut Wolverine neuneinhalb Stunden im Bett, 8, irgendwas geschlafen und REM und Tiefschlaf waren jeweils circa zwei Stunden. Top. Einfach top. Ich kann es mir einfach nicht besser vorstellen als Coach. Also, ja, zwei Prozent geniehmer. Was er auch füllt, ist in der Kombination mit dem Ergo-High-Tool-Ergometer-Training und Grindertraining, das kennt ihr von Instagram und YouTube natürlich, dieses Handfahrrad und dieses normale Ergometer-Fahrrad, das Alex jetzt verwendet, wo er wirklich krass seine Konditionen verbessert hat, für dieses auf 5x5 trainieren im Sparring und sowas, wirklich krass gesteigert hat. Irre. Und wir machen nach diesem Kampf eine weitere V2-Max-Messung und dann zeige ich euch den Unterschied zur letzten V2-Max-Messung und es ist einfach gewaltig, wie seine Ausdauer gestiegen ist, Leute. Und seine subjektive Meinung ist, Kondition ohne Ende. Ohne Ende. Geht 5x5 ohne Probleme bei zwei Partner wechseln. Das heißt, die Sparring-Partner werden gewechselt und Alex boxt oder kämpft 5x5 durch. Weiters, was er sagt, ist, dass es sich sein Schlaf tiefer anfüllt. Das ist schwer zu bemessen, natürlich, ohne Geräte, ohne einem EEG zum Beispiel, also ein Elektroenzephalogramm, das die Gehirnwellen auch misst und mir auch sagt, ob das wirklich der Fall ist. Aber Leute, subjektive Meinung des Sportlers ist immer, 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 immer super wichtig. Also darauf muss man halt einmal jetzt als Coach vertrauen. Also, meine Lieben, das war es jetzt einmal vorerst zu diesem Thema Höhenschlaf. Wir werden noch eine Folge machen zum Thema Höhentraining. Wenn euch die Thematik mehr interessiert, dann geht es ja bitte auch noch ein Stück zurück in meinen Podcasts, also vor 15, 15 Folgen in etwa. Da gibt es eine Folge, die heißt Ausdauer- und Höhentraining mit Alexander Rakic, glaube ich. Da ist jetzt das Thema Ausdauer stärker beleuchtet mit Christoph Weiß. Das ist der Head Coach von Ergo High 2, der die ganzen Trainingsprogramme schreibt, der auch unser Ausdauerprogramm schreibt, das der Coach Pithaus-Emer in unserem Team umsetzt, beziehungsweise das wir auch seit November, Oktober, November letztes Jahr verwenden. Ich würde sagen, dass 80 Prozent, fast sogar 90 Prozent der Konditionsverbesserung bei Alex durch diese beiden Geräte und die Trainingssteuerung von Ergo High 2 beziehungsweise Christoph Weiß zustande gekommen ist. Und der Rest ist Höhenschlaf. Natürlich darf man nie vergessen, dass der Alex irrsinnig viel Zeit investiert in High-Pace-Boxing, Wrestling und Jiu-Jitsu und Sparrings. Und auch das trägt natürlich immer zur Kondition bei. Das darf man niemals vergessen. Aber es kommen noch weitere Episoden, wo ich das Thema Ergo High 2 Konditionstraining weiter durchleuchten werde. Ich habe Christoph Weiß auch wieder eingeladen, dass wir darüber sprechen, was ist der Unterschied zwischen seinem Radergometer mit isokinetischem Antrieb, Kettenantrieb und einem normalen Spinningrad. Weil wenn ich die zwei Sachen anschaue, dann irgendwann ist es dasselbe. Spinningrad kostet aber, was kostet ein Spinningrad? 5.000, ein teures, oder 6.000, 7.000, ich weiß es nicht. Und dieses Ergo High 2 Bike kostet 30.000, über 30.000. Da muss ein Unterschied sein. Und ich verwende das Bike jetzt selber seit ein paar Wochen. Habe mir extra Clipschuhe gekauft fürs Radfahren und verwende den Grindr auch. Sieht man auch auf Instagram immer wieder und auf YouTube, wie ich da reinhacke. Und I love it. Ich bin Kraftsportler mein Leben lang. Und das ist Ausdauer. Kraftausdauer, Ausdauer. Aber ich liebe dieses Training. Das ist einfach richtig genial. Also schaut euch die Videos an auf YouTube und auf Instagram. So geht es halt einfach weiter, Freunde. Und jetzt am Ende möchte ich euch nur bitten, klickt einmal hier gleich auf Gefällt mir. Abonniert diesen Kanal. Gebt ihn 5 Sternen, egal wo ihr seid. Es gibt immer was zum Anklicken, weil diese Folge, dieser Kanal hat es, glaube ich, verdient. Damit unterstützt ihr, dass ich hier auch weitermachen kann und sehe, dass euch meine Videos gefallen. Das ist das positive Feedback an mich zurück. Schickt mir eine Frage, egal wo ihr seid, PM, E-Mail. Info at richardstaudner.at und stellt mir eure Fragen zu diesem Thema, zu allen anderen Themen. Ernährung, Training, Schlaf, wurscht was es ist. Ich probiere es in einer Q&A-Session von mir unterzubringen. Und last but not least, www.theartofroar.at, geht es auf diese Webseite und checkt euch diesen Chaga-Pilz. Antioxidantien ohne Ende. Die Nummer 1 der Antioxidantien im Kampf gegen freie Radikale, im Kampf gegen Schädigungen von Zellen und bei der Regenerationsunterstützung für Sportler und so weiter und so weiter. Einfach ein geiler, geiler Pilz, dieser Chaga-Pilz. Richard20 gibt es auch nochmal 20% mit diesem Code. Ausprobieren und profitieren. Meine Lieben, ich wünsche euch einfach nichts anderes als eine geile Zeit und wir hören uns bald wieder. Danke fürs Einschalten. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. App ist im Kampf gegen Sch walzisch.